Da hieß es. Ich lasse es mal laufen. Ich kenne das selber noch nicht, das Intro. Das ist ein Relic und Ritual. Ich habe alle Anstrengungen in der Erhöhung und Rehöhung von den langen Geheimen gebrochen. Das ist ein Geheimnis für unsere Familie. Das ist ein Workman. Sturdy Schövel. Danke, Xalias! Oh Gott, okay. Oh, Säulengänge. Oh Gott. Cthulhu. Ich finde gut, dass sie mit dunkelsten Dungeon unübersetzt haben. Sehr gut. Oh, was ist das? Bei Darkest Dungeon geht es darum, das Beste aus einer hoffnungslosen Situation zu machen. Quests scheitern oder müssen abgebrochen werden. Helden sterben. Wenn sie und wenn sie sterben, bleiben sie tot. Okay. Der Fortschritt wird ständig gespeichert. Handlungen können also nicht rückgängig gemacht werden. Kein Safe Scumming? Nein! Dieses Spiel wird dir viel alles klar. Also im Prinzip sagen sie mir pass auf, wir haben gerade keine Gleitcreme da, aber wir fisten trotzdem. Verstanden. Botschaft verstanden. So. Das ist jetzt gerade wieder ein bisschen leiser. Lass mich mal hier kurz schauen, ob ich das für euch regeln kann. Zack. So. So. Was wollte ich sagen? Ich wollte zum Chat was sagen, dann ging plötzlich der Das Movie los. Das Movie. Achso. Xalias natürlich. Vielen Dank für den Fünfer. Damit hast du die Werbung auf jeden Fall wettgemacht. Mehr als. Keine Werbung für Prime. Nicht. Hallo Fruchtjoghurt natürlich. Heilfruchtjoghurt. Ja, hallo. Der sieht nice aus. Ja, ja. Der Grafikstil ist sehr, sehr nice. Dann muss doch ein Sub her. Ja, Physical. Was will man machen, gell? Wenn ich Adblocker ausschalte, funktioniert Twitch bei mir irgendwie nicht. Echt? Das ist ja merkwürdig. Keine Quick-Safe, ja. Not like this. Kein Safe-Scaming. Also, Kampagne. Klicke auf den Brief. Let's go. Dunkelste. Dunkelster. Käse. Ich weiß nicht. Heißt jetzt so mein Speicherstand, oder? Der dunkelste Käse. Dunkler als Cheddar. Dunkler als alles, was du besitzt. Dunkler als alles, was du besitzt. You will arrive along the Old Road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the Old Road. And on its writhing path, you will face viciousness. violence, and perhaps, other, damnably transcendent terrors. So steal yourself. And remember, there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell. But in that gaping abyss, we will find our redemption. God, that's not fair, that's not fair, that's not fair, that's not fair, but that's so stylish. God, that's not fair, that's not fair, that's not fair. With the Postkutsche And I love it, or I love it very much, interfaces to design, user interfaces to design. And that's... And that's... That's for me schweren gefundenes fressen. Guck mal, so schön clean und alles. Yeah, that's is... Yeah, yeah, yeah. Okay. Ich muss... Ja, spiel mal Darkest Dungeon. Der Knopf sieht so gut aus. Ist in Ordnung. Ich hab's begriffen. Du befindest dich derzeit in einem Raum. Klicke auf einen anderen Raum auf der Karte. Vorwärts über den nächsten Raum. Hier, da. Oh, das seht ihr gar nicht, oder? Ähm... Wohin verschiebe ich mich da am besten? Nach links? Ich laufe erst mal ein bisschen rum und dann gucken wir, wo ich mich am besten hinschiebe. Der Hamlet ist voraus. Durchgänge bewegen. Wenn du dich in einem Gang aufhältst, drücke D. Achso, okay. Und A noch zusätzlich. Wenn du lieber die Maus verwendest, klicke vor oder hinter die Gruppe. Achso, das geht auch. Okay. Mach immer mit A und mit D. Mach immer. Oh, was? Drei? Drei was? Was ist dein Problem hier? Runden basiert. Wenn ein Held an der Reihe ist, klicke auf ein Fähigkeitssymbol und klicke anschließend auf ein markiertes Ziel. Wenn du eine bestimmte Fähigkeit nicht auswählen kannst, liegt das daran, dass ein Held dann an einem anderen Ort stehen muss oder es keine gültige Ziele gibt. Okay. Was sind die Fähigkeiten hier? Adalas. Let's go! Ich war einfach mal das Erste genommen. Ich hoffe, das passt. Und... Oh, achso. Aua! Kann ich auch einfach so angreifen? Nee. Niederstrecken. Der Formation ist broken. Maintain the offensive. Gegenstand ist im Inventar. Belegt Platz im Inventar. Maus über Gegenstände fahren. Drücke die Kreistaste zum Schließen dieses Fensters. Na what? Wat für eine Kreistaste. Ich kenne nur Kreis Liga. Und in der Kreis Liga sind die ganzen Pfeile unterwegs. Ist von Shakespeare, ja. Wer auch immer sich damals geschütteltes Bier genannt hat, ey. Haha. Oh. Kuriositäten. Auf deine Erkundungsmissionen wirst du häufig auf interaktive Objekte stoßen. Klicke sie an oder drücke W. Klicke sie an. Eindeutig Lager eines Banditen. Durchsuche das Zelt. Oh, nice. Lied nichts uncheckt. Es ist viel, zu finden in vergangenen Plänen. Nice, nice. Okay. Ich gleich muss Darkest Dungeon nochmal ausprobieren. Scheint mehr zu sein. Mehr zu sein als... Oh, halt. Okay. Was ist denn ein Problem? Ja, und jetzt? Ich geh mal trotzdem weiter. Ich geh mal trotzdem weiter. Ein Ambush. Send diese Vermeer eine Message. Der rechtliche Erkundung hat zurückgekehrt und der Kind ist nicht mehr willkommen. Rightful Orwinner. Der hat nur zwölf Leben. Oh, den fies dich. Streuschuss, Pistolenschuss, bis 25 Schögege, gezeichnet. Achso, Viertelmeerschaden gegen gezeichnet. Streuschuss. Gezielt, jawohl, mein Freund. Mal gezielter Schuss auf den Sack dahinter. Hier, zwei Schönen. Junge. Okay. Eifern der Anklage. Fernkampf. Betäubender Schlag. Hier, betäube den Dicken. Jo. Widersetzt. Du siehst. Hamlet ist Englisch für ein Dorf. Interessant, wusste ich nicht. Danke. Kann man Gleichgewicht nicht halten, dann lernt's. Achso, der ist jetzt nach hinten gerutscht, deswegen. nochmal Adalas. Da machen wir den fetten halt zuerst. Mein Typ da hinten ist aber schon ziemlich im Sack, kann es sein. Eifern der Anklage. Immer mal übernagert. Der muss weg. Die sind ja alle gezeichnet. Stimmt. Aber wieso kann ich die Sachen jetzt nicht machen? Diese da, Streuschuss. Was ist das da? Drei rote Punkte miteinander verbunden, drei gelbe Punkte. Was meinen die? Was wollen die? Machen wir weiter, Adalas. Phoenix, genau das gleiche wie Shadow. Die wurden ja alle gezeichnet. Okay, langsam, dem einen oder anderen geht's jetzt vielleicht nicht mehr so gut. Wollwerk des Glaubens. Fackel plus sechs, okay. Ich kill den jetzt erst mal. Die meisten Monster, die Sterben hinterlassen Leichname, Hindernisse, die nach einigen Runden von allein verschwinden. Du kannst Leichname angreifen, um sie schneller loszuwerden. Manchmal ist es besser, Fernkampffähigkeit, Stoßzugfähigkeiten oder speziellen Beseitigungsfähigkeiten einiger Helden zu verwenden, um Leichname zu vernichten. Oh, wusste ich gar nicht. Monster, die mit Bluten, Gifthauch oder kritischen Treffern getötet wurden, lassen keine Leichname zurück. Ah. Interessant. Das habe ich nie gesehen als Mechanik. Gezielter Schuss. Damit kommen wir jetzt an den da hinten ran. Boom, what the fucker? Damit stärke ich mich auch selbst, genau. Und ja, du hast jetzt halt Passionus. Mach den weg. Perfekt. Bitte töte mich nicht, Junge. Geh lehnen! Kann ich die Truhe da aufmachen eigentlich? Oh, plus sieben? Was war das? So gold. Schwindelerregender Fall. Brauche ich nicht. Passiert mir nicht. Ring des Menschenschlechters. Nice. 25 extra Schaden gegen Menschen. Ne, machen Sie es mal. Oh, oh. Nachdem du die Questanforderungen erfüllt hast, kannst du jederzeit ins Dorf zurückkehren. Aus Wappen klicken. Es ist nicht nötig, Startpunkt des Dungeons zurückzukehren. Wappen klicken. Ich klicke auf der Wappe. Ach so, da. Ins Dorf. Abenteuer, also. Ins Dorf. Das war jetzt die Kiste, die ich gelootet habe, oder? Die ganzen Sachen da drin. Topps. Erbstücke. Was kann ich mit denen machen? Landzuteilung aus ferner Vergangenheit. Okay. Wo ist mein Ring, den ich gefunden habe? Eldenepen. Oh, was ist das? Blitzheiler. Plus 10% Heilfähigkeiten, wenn im Lager. Okay. Läuft. Läuft. Miteinander verbundene Punkte, gleich alle Leute an diesen Punkten des Schlachtfeldes sind auf einmal betroffen. Welcome home. Such as it is. This squalid hamlet. These corrupted lands. They are yours now. And you are bound to them. Oh, verfluchte Ländereien. Danke. Besser als gar keine Ländereien. Außerdem zeigen die Punkte an, von wo, also an welcher Position und wohin sie wirken können. Ah, okay. Das sind so Positionsangehörungen. Ja. Ja. Alles klar. Quest-Ziele. Schließe erfolgreich ersten Streifzug durch die Ruinen ab. Ja, das haben wir ja schon. Ja, Häkchen. Bitte. Necromandenlehrling, besiege den lauten Propheten, Necromandenfürst, plappernder Prophet. Plappernder Prophet ist höher nach Necromandenfürst. Runzlige Hexe, acht Pfünder der Briganten. Ach, das sind Kommentare, die sie abgeben. Die sind ja voll der... Oh, wow. Okay, meine Güte. Ich dachte, jetzt geben die mir so zwei, drei Quests, aber wie es aussieht, ist das hier einfach alles. Genau. Schließe die letzte Quest im dunkelsten Dungeon ab. Okay. Also, das ist alles hier. Das heißt, das ist unser Ziel quasi. Woche 1. Lehrling, Wegelagerer, quasi, okay. Haben dich einfach... Okay. Kann ich das einfach wegmachen, oder? Weg. Okay. Hole Hilfe, wenn nötig. Halte zu einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel H gedrückt, um einen kontextbezogenen Hilfe für die Steuerung in diesem Modus. Ach so, für Steuerung Hilfe. Okay. Probiere aus, wenn du im Dorf oder Erkundungsmission bist. Hilfe. Rechtsklick gehelten in der Liste detaillierte Geräte, wenn du kompletter so... Oh, wirklich? Ich kann ihn benennen? Leute. Der nächste Sub, der im Chat schreibt, ich wollte das schon immer mal sagen, dessen Name nehme ich hier. Und wenn ihr was richtig macht, ist gut. Wenn ihr was falsch macht, ist es eure Schuld. Alles klar. Ja, es geht. Nice. So, hier, bitte. Bitte. Wer möchte? Wer möchte? Wer will verewigt werden? Als Kreuzfahrer? Nur zu. Nicht schüchtern. Kommen sie näher. Kommen sie ran. Oh. Tiber. Oh. Tiber Oktum. Oh. 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 Und Eilerus war der zweite. Let's go. Und Eilerus hier. Eilerus. Da seid ihr beide drin. Bitte leistet gute Arbeit jetzt. Klicke auf Gebäude. Es ist mir zu viel zu texten. Zu viel Text. Zu viel. Putje. Ich werde schon alles verstehen. Okay. Quell der, deiner Helden. Du wirst all diese Helden anheuern müssen, um eine Vierergruppe zu bilden. Alle. Ziehe sie auf deine Liste. Achso. Moda. Aha. Pest Doktor und Vestalin. So. Ach, das dunkelste Käse anwesen. Ach, die sind von der Reise gekommen. Wehe, du lässt mich sterben. Ich kann gleich noch ein paar mehr nehmen. Solange du hier bist, gibt es in deiner Stadt Erbstücke für die Verbesserung des Kutschennetzwerks aus. Damit erhöhst du die Anzahl der Helden, die ich hier später verfügbar sein. Klicke zum Verbessern links auf das Plus. Ja. Verbessere die Kutsche, um pro Woche mehr Helden rekrutieren zu können. Ja, okay. Ähm, habe ich davon überhaupt genug? Ich habe zwei. Ach nee, da unten sind... Ah ja, okay, ich habe einiges. Vielen Dank. Soll ich erst mal... Soll ich noch mehr machen? Ich lasse erst mal eins, damit ich noch für andere Sachen ausgeben kann. Was ist das hier? Das ist auch die Stadt hier. Covered in the poisoned earth. Oblivion? Covered in the poisoned earth. Oblivion? Bestes Let's Play. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ach, das ist hier... Alles klar. Das sind, glaube ich, die Filme, die wir geguckt haben. Prolog. Die Dunkelheit. Können wir hier freischalten? Ach, guck mal. Sogar eine kleine Story mit... Oh. Okay. Mit mehr... Ich nehme an, das sind alles so Filmsequenzen dann. Okay. Okay. Können wir schon mal machen. Ähm... Alles ist besser als in diesem Trost... Ähm... Okay. Jetzt gibt es nichts mehr zu tun. Quest aufbrechen. Klicke auf aufbrechen. Gleich. Ich brauche noch ein paar Namen, meine Freunde. Wer möchte noch dabei sein? Äh... Bitte wieder die Subs im Chat. Ich muss gucken. Wer als nächstes schreibt, den nehme ich hier rein. Und dann, wer wieder als nächstes schreibt, nehme ich wieder hier rein. Ist kein Problem. Noin. Oh, da. Joroschku gleich als erstes. Jorosch... Oh, oh. Wo ist das? Schwere Sache. Und wer ist die Dame? Da. Celestis. Oh. Tornable. Celestis. Zack. Okay. Das ist unsere Gelegenheit, Heidi. Noch ist der gut drauf. Äh... Der speichert automatisch, gell? Ich kann... Okay. Let's go. Hackenweißer. Hackenweißer. Hier wählst du eine Quest aus und bildest eine Abenteurergruppe mit der Heldin. Klicke auf die Quest, um Details zu sehen. Ziehe Helden unten auf den Bildschirm auf Plätze umnehmen. Klicke wo auf die Tales? Das weiß man ja. Bibibu, bibu, bibu, bibu. Hier. So. So. Muss ich auch... Ach, das ist noch die Reihenfolge. Ah, der steht wahrscheinlich ganz vorne. Okay. Äh. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bist du Nahkämpfer oder Fernkämpferin? Du hast einen ziemlich dicken Kolben. Nimm ich dicker Kolben? Hey Celestis, du hast einen ziemlich dicken Kolben. Wundversorgung. Ach, sowas wie Kleriker, oder was? Ach, da ist noch ein Buch in der Hand, ja. Und Pest... Pest Doktor. Doktorin. Tut mir leid. Okay. Solange der Krieger ganz vorne ist, ist es bestimmt in Ordnung. Ähm. Soll ich jetzt einfach hier... Was sind das für Knöpfe? Was? Ach so. Ach, das ist Missionsauswahl. Aha, aha, aha. Ziel erforsche 90% aller Räume. Verstehe. Gepäck. Ach so. Wenn du mal ein ganz Dünner auftauchst, melde ich mich schon mal. Alles klar, Assassin. Du sollst verschiedene Vorräte mit dir führen, je nachdem, welche Region du reist, wie lange die Quest dauert. Entsprechend deinen eigenen Vorlieben. Nimm unbedingt immer etwas Nahrung und eigene Fackeln mit. Einige Fackeln. Okay. Bei deiner ersten kurzen Quest solltest du mindestens 8 Nahrungsmittel und 4 Fackeln. So viel. Ist mir zu teuer. Das mach ich nicht. Was? Ich hab' nicht zugehört. Hier Fackeln, ne? 1, 2, 3, 4. Und 8 Nahrungsmittel. Ist das Nahrung? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Ey, das ist viel zu teuer. Ich kaufe das nie wieder. So noch so Schaufel, Schlüssel. Because you never know. Okay. Let's go. Let's go. Wer braucht einen Kolben, wenn man eine Säule hat? Hallo, Shanks. Hallöchen, Shanks. Händler sieht vertrauenswürdig aufs Gelb. Gelb-Korkauflauf. So easy. Viel Spaß in der ersten Reihe. Achso, ich kann drücken, stimmt. Rechtsklicker auf das Bild oder Porträt eines Helden. Detailliertes Menü. Die Ticks. Nicht Tricks. Fähigkeiten, Resistenzen anzuzeigen. Auf das Porträt. Hier. Da. Weg drauf. Okay. Ach, beste Position steht sogar da. Ja, das hätte ich mir besser angucken sollen. Die beiden vorderen Plätze. Der ist hier am besten in der Mitte. Der ist am besten hinten. Okay, das war schon richtig. Okay. Wähle den gewünschten Raum auf der... Ah, stimmt. So ging das. Muss ich mich eigentlich... Weil da oben ist diese Fackel. Muss ich mich beeilen oder was? Umschalt klicken, um das Fackellicht zu verringern. Warum sollte ich das tun? Ach, vielleicht kommt dann weniger. Ey. Ich werde es abbrechen. Zeit weiterzuziehen. Was geht? Oh. Oh, nice. Extra Fackel for the win. Wir sollten weitergehen. Ich arbeite dran. Geh da durch, Junge. Okay, ich drüge noch mal weh. Darf Drea... Was? Heute darf Drea doch gehauen werden. Ja, Stone. Natürlich, Drea. Hau dich so viel du willst. Soll ich mal so Pistolenschuss probieren? Zack. Zack. Zack it, baby. Was hast du hier? Gefechtsmedizin. Giftschlag. Kann ich den... Ja, der da hinten. Zack. Jetzt ist er nicht im Weg. Blendendes Licht. Betäuben. Göttliche Gnade. Heilung. Gruppenheilung. Verstehe. Verstehe. Lebe den. Nice. Was heißt Stärkung? Zack. Jawohl. 14. Zack. Was ist mit der Truhe? Öffne die Truhe. Das habe ich vorhin nicht gemacht, ne? Okay, alles klar. Okay. Let's go. Let's go. Ach so, genau so. Zack. Guter Schuss, mein Freund. Ja, Tiber. Bist du Tiber? Ist Geist... Ah, Lerus. Gut geschossen. Gerell. Selbst das Gestein will verhindern, dass wir weiterkommen. Graf. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Du musst auf Fleisch und indefatigable purpose. Okay. Lichtstärke beeinflusst viele Mechaniken. Je dunkler es wird, desto höher die Schwierigkeit, umso fantastischer die Belohnung. Oh. Rechts klicke auf eine Fackel im Inventar, um das Licht wieder aufflammen zu lassen. Oh, Jesus Christ. Stress plus zwei. Monster plus zwei. Überraschte Helden. Plus, plus, plus. Okay. Zack. Kann ich nochmal? Zack. Okay. Okay. Verstehe. Verstehe. Oh. Let's go. Mach mal den Streuschuss hier. Oh, nice. Oh, das war vielleicht doch nicht so nice. Boah, solchen Granate klingt geil. Let's go. Oh, das war ja gar nichts. Widersetzt auch noch. Wollte schon immer ein Pestdoktor sein, gell? Ja, Roshku, du hast deine wahre Berufung hier jetzt gefunden. Oh, äh. Oh, was? Wie ist die hier nach vorne gekommen? Audi, yo. Wenn der zuhaut, dann haut der aber zu. Wollte ich mal so das ausprobieren, verteidigen. Ach, gezeichnet. Guck, das war dieses gezeichnet. Jawohl. Was ist Gefechtsmedizin? Heilen, selbst, auch, Gifthauch. Ich kann mich mit Gift heilen? Gift schlafen. Nice, vergiftet. Gut gemacht, Joroshku. Let's go. Oh, Eileos. Nice, guter Schuss. Jetzt noch der Drecksakt war ganz hinten drin. 15, was ist das? Diese Puppe. Stress. Watt für ein Stress. Junge, Junge, Junge. Ich muss hier kurz den Müll wegräumen gehen. Ja, spring den Müll raus. Mist. Nice. Kein Problem. Sind wir auch irgendwo in was für eine Reihenfolge? Muss ich mich eigentlich... Geht die Zahl automatisch runter oder nur durch meine Aktion? Abra Kadabra. Ich kannte das Spiel auch bisher nur vom Hörensagen. Genau. Und ich habe mal gesehen, dass Leute es im Streaming gibt. Yes, vergiftet. Oh ja, oh, das Gift zieht ordentlich. Wenn es mal zieht, dann zieht es. Eileos. Super. Lass dich nicht stressen. Aber kannst du auch ruhig treffen. Oh, ich kann verstehen. Ich sehe erst jetzt, dass da ein Ausschnitt ist. Wie können mir Brüste erst so spät auffallen? Ich bin auch nicht mehr der, der ich mal war. Zeiten sind vorbei. Wenn du läufst, geht das Licht runter. Ah ja, okay. Kann ich? Amulett. Gewöhnlich. Widerstand gegen Betäubung. Kann ich das jemandem ausrüsten oder so? Ah. Okay, Rechtsklick. Verstehe. Ähm. Oh, in der letzten Mission habe ich auch was gefunden. Okay, also ich muss die Sachen sofort ausrüsten. Sofort ausrüsten. Zeit bewegt sich synchron mit deinen Füßen. Verstehe. Das heißt, ich muss mich im Kampf nicht beeilen oder so. Oh, interessant. Zu diesem Raum bewegen Raumkampf mit Schatz. Zu diesem Raum bewegen Raumkampf mit Kuriosität. Leute, Schatz oder Kuriosität? Und auf dem Weg haben wir auch nochmal zwei Kuriositäten. Schatz oder Kuriosität? Ihr seid in der Gruppe. Ihr müsst entscheiden. Hallo? Oh, wisst ihr, was geil wäre? Wenn man irgendwie einbauen könnte, so ein Umfragesystem oder sowas im Chat, wo die Leute das automatisch erkennt, was für Leute ich hier benannt habe, die gerade im Team unterwegs sind. Mit den Namen im Chat abgleicht. Und dass die Leute im Chat wirklich entscheiden können, was für eine Richtung es weitergeht. Das wäre voll cool. Aber ihr könnt natürlich alle entscheiden jetzt erstmal, ne? Schatz, Kuri. Warum nicht eigentlich der Einzige, der verletzt ist? Ich weiß nicht, mein Freund. Lass uns kuriose Dinge erforschen. Okay. Zweimal, dreimal Kuriosität. Dann lass mal Kuriosität gehen. Let's go. Ey, nicht gestresst sein. Beruhig dich. Celestis. Warte. Jawoll. Nice. Das klang gerade eben, als ob eine Frau geschrien hätte, deswegen. Oh mein Gott. Sehr gut. 98. So, das ist jetzt der Raum. Oh Gott, da ist einer mit Armwurst. Weil haben die mich überrascht? Ich glaube, ich habe sie überrascht. So, solchen Granate. Dieses Mal aber. Komm. Yes, vergiftet. Gut gemacht, Joroschko. Eilerus. Mach mal Streuschuss jetzt hier. Zack, let's go. Alles verfehlt. Eilerus, du bist gefeuert. Ich sag's dir. Aber Skelette mögen keine Goldbestimmung. Nice. Ähm. Was machen wir? Soll ich mich lieber verteidigen? Machen wir den lieber flack, dass der sich verbergen kann. Oh, kritisch. Another one falls. Mensch. Oh, kritisch. Eilerus, was ist los? Du triffst nix. Du stirbst nur. Was ist denn? Mein Freund. Was ist los, mein Freund? Hier. Ziel ermutigen. Ich ermutige mal meinen Krieger. Hier. Joroschko. Push mal Tiber. Let's go. Und du hier. Gruppen. Warum kann ich nicht normal heilen? Ach, für normale Heilung muss ich weiter hinten stehen. Ah. Verstehe. Einmal. Ein Punkt. What? Celestis. Das müssen wir nochmal. Das müssen wir nochmal. Du bist immer noch von den Brüsten von vorhin abgelenkt. Ach so. Ach nee, mach mal. Fernkampf. Was ist hier? Grundwert 85. 80. Das macht mehr Schuss, ne? Gibt's den tot? Nice. Das war ein guter Treffer. Hast du gut gemacht. Den hast du gut weggezogen. Schön rasiert. Wo gab's den Bubz? Was ist vorhin grad eben? Hallo der Dori. Alles kleine Käse rein. Ja natürlich. Alles klar auch bei dir, Dori. Ne, Naleros. Hinter ihnen. Okay. Tiber. Kriegst du den noch? Kommst an den ran? Boah, One-Hit. Nice Tiber. Guck mal. Tiber räumt auf. Ich nehme alles mit. Was ist das für eine Statue? Piezierter Brunnen mit einer heiligen Bedeutung. Untersuchenden. Oh, Münzen. Let's go. Hoffentlich werde ich jetzt nicht verflucht oder so. Äh, warte. Kann ich dir sagen, dass... Wie kann ich sagen? Ein zurück, ein nach vorn. Yes. Genauso. Und kann ich jetzt dir sagen, du sollst uns heilen? Oder kann... Geht es nur im Kampf, diese Heilung? Ich glaube, die... Regeneriert Gesundheit hält den Hunger in Schach. Wo ist denn hier Hunger-Anzeige? Kann mir das jemand sagen? Hm? Ich esse es mal. So wenig! Zwei Punkte! Aeilerus... Ey, Aeilerus frisst uns unsere Rationen weg. Ich glaub's nicht. So, ich will... Ich will dich nur ein bisschen aus dem Low da rausholen. Okay. Weiter geht's. Eine Falle ist auf dem Weg. Das ist der einzige Weg, mit dem wir lang gehen können. Oh oh. Kann man die Falle verhindern? Oh, da ist sie. Ich seh sie. Fallen entschärfen. Ausgekundschaftete Fallen sind auf dem Boden sichtbar, sobald du dich ihnen näherst. Wähle einen Helden, klicke anschließend auf Falle und versuche sie zu entschärfen. Einige helfen, entschärfen Fallen besser als andere. Ja, wahrscheinlich Aeilerus am besten, oder? Weil Aeilerus ist ja so der Dieb und alles. Aeilerus, traust du dir das zu? Denkst du, du schaffst das? Kann ich dich vorschicken? Wisch die Knochenreste vom Schwert. Eine Heilung wäre vielleicht ganz nett. Jaja, ich würde gerne dich auch hier mitteilen. Ich glaub, es geht nur im Kampf. Aeilerus, schaffst du das? Traust du dir das zu? Ich schick dich mal vor. Gute Arbeit, gute Arbeit. Oh, du hast sogar acht Stress verloren, oder was das war? Gut gemacht. Guter Mitarbeiter. Guck mal, jetzt wünschte ich, ich hätte mehr Fackeln mitgenommen, damit wir auch noch den anderen Raum hätten erkunden können. Hier, ja. Warte mal, wie viele Fackeln haben wir denn? Eine noch. Ja, leck. Hätte ich das gewusst, dann, ich glaub, dann lass uns lieber hier nach draußen gehen. In Zukunft kaufe ich mehr Fackeln. So viel steht fest. Zählen auf dich. Oh, halt. Tiba, was ist los? Warum halt? Pfeift. Was ist passiert? Das behalte ich selbst. Diese Belohnung hab ich mir redlich verdient. Tiba? Hallo, das ist meins. Das waren zehn Nahrungs... Nahrungs... Das waren zehn Nahrungspakete. Junge? Wann ist das? Ach, das war dieses Symbol überm Kopf? Tiba ist zum Kleptoman geworden. Naja, klasse. Will im Dorf nur beten, um Stress zu verringern. Gottesfürchtig. Ich wollte grad sagen, Krieger des Lichts Blitzheiler. Hey Tiba, bei dir läuft's. Der hat uns Zeug geklaut. Was ist Aelerus? Darf im Dorf nicht am Glücksspiel teilnehmen. Bekannter Betrüger. So, so. Was ist denn mit euch anderen los? Celestis? Der Kleriker ist gottlos. Das war ja klein. Bestienhasser. Was bei Orochko? Orochko ist gebrechlich. Du armer. Ich wollte grad tatsächlich meine Brille hier nach oben schieben. Ich bin die letzten Tage gewohnt, die ganze Zeit in Brille rumzulaufen. Wie Tiba sich einfach... Tiba hat sich euer Essen gegrabt. Zack. Das hab ich mir verdient. Anstrengungen der Gruppe haben die Expedition hungrig gemacht. Nichts essen, 20 Schaden, sowie steigenden Stress in Kauf nehmen. Äh... Ich hab doch Nahrung. Es. Es. Und... Was heißt nichts essen, Mann? Ich hab doch gegessen. Fuck. Oh, fuck. Warum? Ich hab doch Essen gehabt, Mann. Nahrung und alles. Was war sein Problem? Vielleicht brauch ich für die ganze Gruppe genau vier Nahrung oder so. Keine Ahnung. Okay, jetzt wird's langsam schlecht. Okay, wir haben einen Schatz und noch ein letzter Raum. Es muss schaffbar sein, Leute. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt. Da hat es vier Nahrung gebraucht. Okay. Grab das weg. Das gibt... Oh, mein Gott. Was ist los? Ach so, Dunkelheit. Oh, mein. Ich hab keine... Ich hätte Fackeln kaufen sollen. Ich will hier nicht sterben. Leute, beruhigt euch. Alles ist gut. Wir schaffen das. Alles ist gut. Gell, wieso kriegt ihr mal den Hungerschaden? Oh, das wird eine Scheiße. Nein. Das ist kein Problem. Ich kann das. Mach mal Medizin auf uns alle hier. Gib mal... Gib mal ihm Medizin. Ein Schadenspunkt gehalt. Machst du Witze. Streu mal. Nice. Guter Schaden. Guter Schaden. Stabil. Stabil. Hier, Eileus. Heil den hoch. Nice. Hier ist schon besser. Ist zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber... Oh, nicht auf den Healer. Oh, Celestis. Gott, dieser Schade. Eifern der Anklage. Das trifft zwei. Okay. Oh, nice. Mist, nichts gestorben. Ich befinde dich für schuldig. Oh, scheiße. Nicht auf Celestis. Nein. Schwelle des Todes. Was? Wenn ein Held auf null Lebenspunkte fällt, Schwelle des Todes. In diesem Zustand erleidet er einen Wärte-Malus und weiterer Schaden könnte ihn töten. Heile deinen Helden um ihn von der Schwelle. Das ist mein Heiler. Natürlich muss ich den heilen. Shit. Ausgewichen. Nice. Gute Arbeit. Wieso benutzt du eigentlich nicht die Schaufel? Hättest du den Stress und den Schaden gespart? Fuck. In this sprawling tomb. Mein Heiler ist also jetzt quasi tot. Ich dachte, ich hätte die Schaufel benutzt. Habe ich nicht die? Ich dachte, Schaufel reinziehen und dann auf das Symbol... Habe ich wohl falsch genug. Der erste von vielen Helden hat alles gegeben, um dir zu dienen. Du kannst dich nun aus dem Kampf zurückgehen. Die Quest verlassen. Im Tutorial ist der Rückzug nicht verfügbar. Ist das das Tutorial? Zier dich aus dem Kampf... Ne, ich glaube nicht. Mach mal hier Seuschengranate. Komm, das schaffen wir noch. Guck mal, alles vergiftet. So, pass auf. Was heißt hier? Ausgewicht, guck. Läuft, läuft. Zack. Boom, alle tot. Jawoll. Double Kill. Nice. Guck mal hier. Läuft hier, läuft hier. Läuft nicht gut, aber läuft. Aber der... Oh ja, das Gift, ey. Nee, das Gift ist so geil. Joroschku, dein Gift, haut rein. Oh Gott, Eilis ist auch fast tot. Raff dich auf, Junge! Kann ich dir noch schnell heilen? Hier, Heilungsmedizin. Kritisch, zwei Schaden, äh, oh Gott, nice, nice. Läuft, läuft, läuft. Pistolenschuss, haut den weg. Oh, das Gift, gleich haben wir ihn. Das Gift, rafft ihn weg. Und Gift. Komm, Gift. Kill ihn. Ausgewicht, nein! Er hat immer noch Gift. Alles ist gut. Gift schlag. Bam. Nice. Joroschku, guter Finisher. Du musst auf das Schaufel-Symbol drücken. Machen wir mal die Kiste auf, Junge. Warte, Abenteuer fortsetzen. Ich will die Kiste. Öffne die Truhe. Finger weg, Tiber. Finger weg, Tiber. Zerlässtis, nein! Der Gedanke. Gestorben und erstmal, der Gedanke ist das, was zählt. Okay. Gut, gut. Ja, das, das lief doch schon mal ohne Probleme. Nicht wahr? Lass uns abhauen. Das war zu knapp, ja. Echt so. Ich hab sogar zwei Schaufeln dabei gehabt und ich hab sie kein einziges Mal benutzt. Na, guck mal. Läuft. Das ist ja RIP, RIP Celestis. Was habt ihr für neue Sachen? Kränklich. Mensch, Eilerus. Musst du ein bisschen mehr Vic Medi Knight? Hier. Oder andere Markenprodukte vielleicht auch? Tag aktiv. Minus zwei Gesundheit bei Licht. Das ist halt, ne, ja. Bei Licht unter 26. Der braucht, ah, kein Wunder, wenn du die Sonnenbrille hier die ganze Zeit trägst, brauchst du mehr Licht. Logisch, logisch. Labyrinterforscher. Das ist gut. Gut, gut. L minus eins. Ich hoffe, wir kriegen jetzt einen neuen Eiler. All mein Leben konnte ich ein insistentes Gäuhrer in der Rückseite meiner Meinung. Es war eine Gäuhrung. Eine Gäuhrung für eine Deskaufelung, die nicht entzündet oder entzündet werden. Tja, blöd. Taverne freigeschaltet, Kloster freigeschaltet. Roschke ist jetzt Lehrling. Celestis, die Zeit mit ihr war schön. Aber ist halt blöd, ne? Kein Heiler? Nix? Was haben wir denn? Waage, Wegelager. Wen sollten wir nehmen? Was können die denn? Das ist jemand von hinten. Blendpulver. Verstehe, ja. Ätzende Dämpfe. Also, Zigeunerin. Aussätziger. Was macht der so für feine Sachen? Zerhacken, Zerschlagen, Läutern, Rache. Ach so. Selbst sich sechs Punkte heilen. Trotzen. Ach, nur die Sachen, die umrahmt sind, sind die Skills, die ich habe. Okay. Los, los, los. Beschützt erzwungen. Erzwungener Schutz durch einen Verbündeten. Wayne, danke für den Follow. Bediene dich an der Gäseplatte. Hm. Fechtschritt Adelass. Ah, das ist eher so der Fechter. Okay. Ein Heiler wäre nicht schlecht. Ja, I know. Aber wir haben gerade keinen Heiler da. Sollen wir das mal upgraden? Warte mal, Anzahl für Fücher. Ich, ich nehme mal einen hier mit auf. Ich nehme mal den, warte, wer hat er selbst teilen? Du hier. Der ist ja in der Front. Warte, zeig nochmal Aleros, bitte. Ähm. Du kannst hier auch hinten stehen. Okay, dann holen wir uns jemand anderen für die Front. Das wird, das, 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 das passt schon, gell. Ich hole mal einen Aussätzigen. So. Warte, kann ich dir alle mitnehmen? Achso. Ach, sechs von neun. Da oben steht. Sechs von neun. Okay, dann nehmen wir erstmal alle mit. So, wer möchte, wer möchte hier der Aussätzige sein? Mit diesem schönen Namen. Wer als erstes Sub im Chat schreibt von den Subs? Hier, let's go. Oh Gott, das Spiel macht mich auch schon krank. Oh, was? Hat jemand von euch zufällig einen Waschzwang? Besessen von Sauberkeit. Und langsame Reflexe. Oh, Black Katze war die erste. Let's go. Black Katze mit dem Waschzwang. Black Katze. Black Katze. Nicht Black Glatze. Black Katze. Black Katze mit dem Waschzwang. Ja, let's go. So, dann neue Sachen freigeschaltet. Taverne. Oh, reduziert Stress. Die sind aber nur im Lager. Du kannst trotzdem nur vier Leute mitnehmen. Ja, das weiß ich. Helden bauen Stress ab, indem sie in der Taverne und im Kloster an Aktivitäten teilnehmen. Jede Aktivität gewährt verschiedene Nebeneffekte. Experimentiere mit deinen Helden, um in Ticks entsprechend die beste Aktivität zu finden. Wenn dein Held eine Aktivität aufnimmt, bist du zur darauffolgenden Woche daran gebunden. Ah. Verstehe. Ey, Aelerus und Joroschko müssen Stress abbauen. Die sind voll im Eimer sonst. Darf im Dorf nicht am Glücksspiel teilnehmen. Also nicht in die Spielhalle. Dann, Aelerus, ich schicke dich mal in die Bar. Obwohl. Aelerus, möchtest du trinken, um deine Sorgen zu vergessen? Oder möchtest du die fleischlichen Begierden, deinen fleischlichen Begierden nachgehen? Was wäre dir lieber? Erzähle mir. Le Katze hat zu schnelle Reflexe. Ich habe nur einen Duschzwang. Wenn ich morgens drinstehe, dann will ich nicht mehr raus. Nice. Warme Dusche am Morgen ist so nice. Ich stimme dir voll und ganz zu. Warte, und was war jetzt das andere? Kloster noch. Die Cobwebs haben getrunken. Die Bewe sind straight. Der Abbey kauft auf die faithful. Aelerus nicht in den Suff? Wer bist du? Was machst du da drin? Okay. Moment. Ich schicke erstmal Aelerus in den Suff. Er will den Suff. Bitteschön. Zack. Da müssen wir gleich jemand anderen mitnehmen. Bau deinen Stress ab, mein Freund. Und Yoroschko schicke ich. Hattest du irgendwas? Tagaktiv. Und Lebenspunkte. Labyrinth der Forscher. Boah, guck mal. Labyrinth Abenteurer. Labyrinth der Forscher. Yoroschko ist hier. Der ist stabil. Yoroschko ist stabil. Was möchtest du denn gerne? Was hättest du am liebsten? Ich hätte für dich noch zur Auswahl, äh, Kreuzgang, Frieden durch Meditation. Willst du meditieren? Möchtest du dich selbst geißeln? I don't judge. Das wäre vollkommen in Ordnung. Wenn du, wenn du, wenn du das so möchtest, dann kannst du das gerne so machen. Oder möchtest du Spielhalle und Bordell hätte ich zur Auswahl. Ich möchte, dass es dir möglichst gut geht. Und die anderen Namen nehme ich gleich auch noch dran. Von, äh, Romy und Ruel. Ne? Yoroschko? Was, äh, was hättest du gern? So, ihr könnt so lange schon mal die nächsten zwei, die jetzt wieder, äh, was weiß ich, in den Chat schreiben. Sub. Wenn ihr das reinschreibt als Sub. Die ersten zwei nehme ich dafür. Spielhalle. Du willst in die Spielhalle? Okay, Yoroschko. Let's go. Viel Erfolg. Gewinn schön was. Ich treffe mit meinem Stein den Kubas. Okay. So, dann nehmen wir Romme. Romme! Zocker. Alles klar, Zocker. Du bist dabei. Zocker. Sieben, vier, fünf, zwei. Damit es keine Verwechslung gibt. Und der nächste Sub war... Phoenix on Fire. Let's go. Du darfst die Antiquarin sein. Äh, Fö... Will ich richtig schreiben? So, so wie... Okay. Normal geschrieben. Vierte. Okay. So, Phoenix. Also. Ja. Oh, Memoiren deiner Vorfahren. In der Zeit, du wirst die tragische Äxte meiner Verwechslung. Ja, ja. Waldläuferin. Schließe mehr Quests ab. Bloß da. Gilde. Schließe zum Freischalten mehr Quests ab. Okay, okay. Wo ist der Friedhof? Ich möchte mir nochmal eure Leichen ansehen. Da. Celestis. Wurde getötet von Knochenintrigant. Kann man irgendwie wiederbeleben oder so? Okay, wie kann ich jetzt... Shop ist erst, wenn ich auf Aufbrechen drücke, ne? Ah, ja. I see. I see. Lehrling. Lehrling. Lehrling Mittel. Lehrling Mittel. Schlurfender Schrecken. Aber haben wir nicht die eine Quest jetzt erst gemacht? Okay. Ich nehme euch auf jeden Fall mal mit. Bleckratze. Du stehst auch gerne vorne. Zocker, du stehst gerne hier auch noch. Du standest gerne auf den beiden mittleren Positionen. Genau. Phoenix, du stehst gerne ganz hinten. Perfekt. Dann haben wir alle einmal drin. Okay. Was für eine Mission wollt ihr machen? Ich schicke euch mal auf eine mittelschwere Mission. Ist das in Ordnung? Ich glaube, das ist in Ordnung, oder? Schließe 100% aller Raumkämpfe ab. Das schafft er. Das schafft er, oder? Das schafft er. Zu dieser Quest gehört das Lagern und du benötigst Feuerholz. Du erhältst es automatisch bei den betreffenden Quests. Lagern gibt Helden die Möglichkeit, sich im Dungeon zu erholen. Wenn deine Helden verwundet oder gestresst sind und du lagern möchtest, rechtsklicke auf das Feuerhels-Inventar. Ah, cool. Alles klar, Joroshku. Mach's gut. Wir sagen dir Bescheid, was passiert ist. Wie ihr befehlt, Herr. Ich putze euch den Weg frei. Bleibt immer hinter meinem Mob. Okay, dieses Mal. Pass auf. Ich nehme mal zwei Schaufeln. Just in case. Ein Schlüssel oder so. Diesmal nehmen wir genug Nahrung mit. Wie viele hatten wir das letzte Mal? Acht oder so. Das heißt, zweimal für das gesamte Team. Und Fackeln hatten wir das letzte Mal fünf. Da nehme ich definitiv zehn mit oder sowas. So. Let's go. Ach, Weihwasser hatte ich noch. Okay. Probieren wir es mal so, würde ich sagen. Packeln wolltest du kaufen? Ja. Und Essen. Essen nicht vergessen. Eigentlich hätte sich Tiber der Kleptomane selbst geißeln müssen. Stimmt. Aber Tiber brauche ich. Wer hätte Celestis überlebt? Am Familienstammsitz. Was meint der? Okay, lass uns reisen. Was kommt hier als erstes? Falle. Oh, oh. Puh. Äh, wer möchte denn... Oh, Gott. Es tut mir sehr leid, Black Katze. Es war keine Absicht. Wirklich nicht. Nice. Wappen. Ich habe gesehen, dass eine Falle da war. Aber irgendwie... Es tut mir wirklich leid. Also auch ohne Lachen jetzt. Es tut mir wirklich leid. Geheimräume. Ein kritischer Erfolg beim Erkunden offenbart. Kritischer Erfolg beim Erkunden. Begib dich zu dem Stern markierten Feld und drücke W und klicke auf den Raum, um ihn zu betreten. Wer einen Schlüssel dabei hat... Jawohl, wir haben einen Schlüssel. Jawohl, yes. Yes, please. Geheimtür. Das wird gemacht. Da sind wir dabei. Sample hier. Zielgegenstand, um auf dieses Objekt... ...einen Bücherstapel. Was soll ich da drauf... Weiß ich nicht. Oh, nein. Dunkelheit eignet sich ideal für einen Hinterhalt. Einen beunruhigenden? Okay. Was kommt als nächstes? Jetzt kommt hier ein Kampf. Oh, God. Müssen das so viele sein? Aber wir haben sie überrascht. Alles unter Kontrolle. Jetzt gucken wir mal, was ihr so könnt. Phoenix! Plus drei ASW. Ich weiß nicht, was du meinst. Blend-Pulver. Sollen wir mal alle blenden? Ach, ich dachte, es geht auf alle. Fuck. Macht nix. Alles unter Kontrolle. Zerhacken. Selbstlinderung. Heilen. Einschüchterung. Zielschwächen. Glaube ich einfach drauf. Nein! Katze, sorry! Der gezielte Schutz. Fechtschritt. Aderlass. Pistolenschuss. Das ist... Mit dem hätte ich es knacken sollen. Versuchen sollen zu knacken. Löst Gegenschlag aus. Selbstschwächen. Löst Gegenschlag aus. Das ist aber netz. Mit gezieltem Schuss kann ich mich selbst stärken. Ach, das war der Skill. Okay, alles klar. Und du mach mal die beide. Boom! Vorsichtiger Stich. Was ist denn das? Oh, nice. Zweimal ausgewichen. Gut, gut gemacht. Flächendeckiges Feuer. Gut. Mein einer ausgewichen. Oh, alle auch noch geschwächt. Ausweichen. Alle ausweichen. Abstechen. Oh. Nochmal? Alles nice. So läuft es. So läuft das. Ich habe das alle nicht verdient. Vorsichtiger Stich. Komm. Hau den weg. Was darf der nochmal? Die da hinten müssen weg. Aber los jetzt. Pistolenschuss. Adalas war auch nicht schlecht, ne? Äh, nee. Mist. Nee, nee, nee. Jawohl. Nice. Gut gemacht, Zocker. One Hit weg mit dem. Nice. Wir machen Schichtwechsel an der Bar. Du musst mir unbedingt einen ausgeben, wenn ich das überlebe. Ja. Unbedingt. Oh, der sieht aber wie ein Häufchen Elend aus. Wortwörtlich. Oh, warte. Selbst heilen. Dafür gibt es den Skill. Hau dich hoch. So muss das sein. Wir wollen ja, dass du überlebst. So, snipe den weg. Das ist in Ordnung. Nicht schnell genug, aber... Packst du da in meine Elder Scroll raus? Ja, auf jeden Fall. Ist das hier nicht der erste Kampf? Ausgewicht. Ja. Voll drauf. Nice. Give them no quarter. Und du? 12. Nice. So, jetzt ist er hier in Reichweite für uns. Das ist der erste Mal dran, ne? Äh. Das ist der erste Kampf erst, Leute. Oh. Das wird nicht gut ausgehen. Oh, wenn Blackout sie zuhaut, dann gibt's Tote. Tagebuchseite. Oh, viel wert. Alles mitnehmen. Ja, jetzt... Jetzt so langsam. So langsam. Äh, ja. Schlecht. Warte, hier soll jetzt irgendwo ein Schatz sein. Ich hab'n Schlüssel extra gekauft. Heilt mich. Ja, kannst du dich selbst heilen? Hm, ne, kannst du nicht. Wo soll ich den Schlüssel jetzt einsetzen? Leute, wo ist die... Habt ihr die Geheimtür gesehen? Hm. Wehtrücken. Ah, okay. Und dann nehmen wir jetzt Schlüssel rein. Oh, what? 2500 Wert. Nice. Ja, das nehmen wir alles mit. Sehr gut, sehr gut. Und dann gehen wir weiter. Leute, sollen wir vielleicht jetzt... Ich hab' jetzt ziemlich viel Kohle gemacht und meine Leute sind jetzt schon wieder am sterben. Soll ich wieder rausgehen? Soll ich wieder rausgehen? Wow. Weil momentan sieht es so aus, als ob wir alle einfach verrecken würden. Oder soll ich noch einen Raum probieren? Ein Raum probieren wir noch. Wenn ich wage, der nicht gewinnt. Let's go! Eine Portion hab' ich noch zum Essen gelassen. 400. Fuck, da ist ein Fetter dabei. Scheiße, wir haben sie nicht überrascht. Warum ist der schon wieder zuerst dran? Oh mein Gott, die sind alle zuerst dran. Nein! Mach mal, mach mal deinen Fechtschritt da. Gut, sieben Schaden ist gut. Ich weiß nicht, was die dagegen schlagen. Ja, also schlecht. Würde ich mal jetzt behaupten. Schlecht. Hau den weg! Oh mein Gott, hat der viel Leben. Ja. Äh. Ich glaub, wir müssen dringend weg. Oh. Oh. Du machst immer Schaden an alle, du Sack. Ich zieht schon. Ich brauch eine Bandage. Ja, ich hätte Bandagen kaufen sollen. Was? Ach so, Position verändert. Ich kann nicht mehr heilen? Das ist blöd. Ich bin so geliefert. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Oh mein Gott, ich bin fucking geliefert. Blende die alle. Verdammt. Ich bin so geliefert. Ich bin so geliefert. Raus da! Shit. Eventuell sollten wir jetzt flüchten. Äh, ich... Stress erleiden? Ey, ich kann nicht mehr. Tut mir echt leid, Leute, aber wir müssen raus. Ignorance of your enemy and of yourself will invariably lead to you beating. Ist in Ordnung. Wir haben, wir haben 7500 Münzen allein durch die drei, durch den Schatz gesammelt. Das ist okay. Das ist geiler Shit. Das ist in Ordnung. Aber war es das wert? Unvorbereitet. Ja, so... Das trifft ziemlich gut, wie ich mich gefühlt habe dieses Mal. Ruhig. Le Katze ist sehr ruhig. Präzisionsangreifer auch noch. Und Phoenix, was geht bei dir? Furcht vor Scheussalen. Kann ich verstehen. Ist in Ordnung. All die decadent Horrors, die ich gesehen habe. Halt in Beziehung zu diesem finalen, krankenden Ding. Ich konnte nicht schauen, oder konnte ich wegsehen. Nein! Joroschko weiß nicht, wann man setzen und wann man passen sollte. Neuer Tick. Ich habe den in das... In die... In die Taverne gesetzt und er hat schlechter Spieler bekommen. Goddammit. Hat beim Glücksspiel gefrönt und in Stress um 55 verringert. Das ist okay. Ailerus hat ein Trinkgelage veranstaltet und ist seit vorherigen Abend verschwunden. Ailerus, ich wollte dich mitnehmen. Wo bist du hin? Ailerus hat sich totgesoffen. Fuck. Schmied und Gilde freigeschaltet. Und Wald wurde freigeschaltet. Ailerus, ich brauche dich. Was? Komm zurück, Mann! So, Leute. Ist er aufgelagert. Wir werden immer größere Gefahr face. Unsere Soldaten müssen bereit sein. Was ist das hier? Ziehe Helden aus der Liste hier. Das Verbessern der Gilde ermöglicht erlernen höherer Stufen von Heldenfähigkeit. Heldenfähigkeiten verbessern. Alles klar. Okay, das heißt, hier pushe ich meine Helden. Was haben wir hier? Bellows Blast once again. The Forge stands ready to make weapons of war. Bessere Waffen geben. Kauf besserer Waffen, Rüstung und senkt deren Preise. Okay. Läuft, läuft. Im... Was ist das hier? Dorf hinfällt. Ah, das... Das waren die beiden Dinger, Leute. Okay, pass auf. Tiba. Kann ich das hier dir ausziehen? Okay. Tiba, du brauchst gerade Urlaub. Du brauchst dringend Urlaub, mein Freund. Was hast du gesagt? Du möchtest, äh... Ailerus ab... Äh, ab... Ne? Und Black Katze, du kannst mir auch schon mal sagen, wo du deinen Stress abbauen willst. Tiba wollte Ailerus ablösen. Glaube ich. Ailerus, finde mich. Reduziere meinen Stress mit körperlichen Begierden. Alles klar, Zocker. Let's go. Meine Bitte mag zwar etwas merkwürdig klingen, aber... Guck mal mit dem Kissen da. Nice. Ich muss in die Kirche stonen. Alles klar, Tiba. Ey, kein Problem. Wenn du das so möchtest. Will im Dorf nur beten, um Stress zu verringern. Ah, ja. Gut, dass du nochmal dran gedacht hast. So, ähm... Möchtest du die Geißelung oder möchtest du die Meditation? Oh, Black Katze Bordell ist leider schon besetzt. Zocker macht gerade das Bordell unsicher. Tiba, ähm... Weißt du was? Ich schicke dich jetzt einfach mal in die... Lass mich mit dem Heiligen Licht Zwiesprache halten. Was? Der Verwalter nimmt diese Aktivität gerade in Anspruch. What? Will im Dorf nur beten? Das heißt, du kannst nur in die Gebetshalle gehen. Es gibt nur einen einzigen Ort, wo Tiba hin kann. Jawohl. Die Gebetshalle. Und es ist der einzige Ort, der besetzt ist von irgendeinem Heinz. Bester Stressabbau. Wenn wir mal wieder beitragen. Schlecht, Tiba. Wir können dich leider keinen Stress abbauen lassen, weil der einzige Ort, wo du das kannst... Flecht. Flecht. Okay, äh... Katze, ich schicke dich mal saufen. Passt schon, passt schon. Pupp dich aus. Ähm... Ich muss zur Kutsche. Habe ich neue Leute da? Okay, nice. Ich habe gerade sechs von neun. Ah, Leros ist wo auch hin auch immer verschwunden. Drei Stück können wir mitnehmen. Kein Heiler! Nix! Fuck. Leute, ich brauche einen Heiler! Ja. Äh, Helden... Heldenliste auf zwölf erweitert. Nein, okay, okay, alles klar. Kein Stress, kein Stress. Wir können alle mitnehmen. Wir können alle mitnehmen. Easy, easy. Läuft bei uns. Äh, beim Kutscher. Okay. Mhm. Alles klar. Da bräuchte ich gerade noch ein kurzes paar Namen, meine Freunde. Die ersten vier Abonnenten, die, äh, im Chat, äh, schreiben, äh, Hilfe, ich will gewinnen, kriegen, äh, so, ne? Wahlweise könnt ihr auch irgendwas anderes schreiben. Hauptsache ich erkenne. Let's go! Alle schreiben Sub. Dann nehmen wir einfach die Subs. Warte, ich, ich, ich schreibe den ganzen Namen. The Genius One. Schreibe dich komplett hier so rein. So. Passt vorreiere! Dann Hexin... Ne, Hexin hat Mod geschrieben. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Oblivion... Angel. Dann... Äh... Shizu ist die nächste. Äh... Shizu ist die einzige, die ich mal kurz lasse, weil... Call my name. Weil ich die nächste Person... Und als nächstes Kila. Kila, nimm mal dich rein. Äh, Kila. Dich kenne ich auch, äh... Ne? Obwohl Zocker kenne ich natürlich auch. Hätte man auch einfach Zocker nennen können. So, gut. Äh, dann Tiba. Sieht schlecht bei dir aus, aber ich kann dich leider gerade aktuell nicht im Team mitnehmen, weil dein Stress ist... Du bist halt im Eimer, mein Freund. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Wir haben noch irgendwas anderes freigeschaltet, stand da vorhin. In time, you will know the tragic extent of my failings. Schmied. Pass auf. Gilde. Ich gebe Tiba mal bessere Kampffähigkeiten. Testen wir mal hier aus. Ich meine, du bist sowieso unter Stress. Stehst du. Oh, Heilung. Nice. Und Stressheilung plus... Oh, das... Begeisternder Schlachthof. Das ist nice. Tiba, das Kaufstier. Elden können nur über vier aktive Kampffähigkeiten gleichzeitig verfügen. Aktiviere, deaktiviere diese Fähigkeiten. Verschiedene Kombinationen ausruhen. Okay. Ey, das ist ja mal sehr geil. Hallo? Warum kann ich das nicht aussuchen? Oder muss ich erstmal eins ab... Ah, erstmal... Okay, das... Defensive benutze ich eh nie. Das ist ja geil. Hi. Okay, das ist nur ein Punktteilung. Stresslinderung 6. Das wäre geil, wenn ich das jetzt... Dann könnte ich dich fast mitnehmen eigentlich beim nächsten Abenteuer. Und dann mache ich einfach das Ding und dann Stress lindern die ganze Zeit. Und es gibt sogar noch Fackel. Dann kämpfst du halt nicht. Ähm... Joroschko nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Kann das nicht? Kann ich hier nicht irgendwas? Okay, ich muss hier erstmal Stufe 1 von irgendwas holen. Ähm... Was ist, wenn ich dich hier reinziehe? Heldenstufe 1 braucht man mindestens. Alles klar. Und hier? Was, wenn ich jetzt hier... Joroschko? Ausbilderexpertise der Stufe 1 braucht man auch. Äh... Ich hab nicht so viel Zeug. Okay. Was können wir denn dir beibringen? Weil du kommst auf jeden Fall nächstes Mal mit. Ist da was Geiles dabei? Minus 100 Schaden. Präziser Schnitt war bei dem anderen Typen ziemlich... Kacke. Gute Nacht, Brian. Mach's gut. Ich glaube, ich belasse es erstmal dabei. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen will, ist, dass ich meinen Leuten, die als nächstes mitkommen werden... ...so ein paar Sachen gebe, um ihnen zu helfen. Kila... Kila, die Barbarin, nehme ich noch mit. Machen wir Schaden gegen Menschen auf jeden Fall. Das sollte was bringen. Und Widerstand gegen Krankheit können wir Schieße oder so geben. Und... Phönix, dich stecke ich noch irgendwo rein. Du musst noch ein bisschen Stress abbauen. Phönix, ich schieße dich ab. Geh mal meditieren. Obwohl, hast du irgendwelche extra Bedürfnisse oder so? Labyrinth, hast du... Labyrinth, hast du... Hast du... Robust? Nee. Ich schicke dich mal eine Runde Beten. Darauf hast du bestimmt richtig krass Bock gerade. Deswegen ist kein Problem. Okay, Tiba kann gerade nichts machen. Yoroshko und dann... Gucken wir mal, wie wir das mixen. Okay. Gut. Kann ich irgendwo... Ich glaube, gespeichert wird automatisch. Ich bin... Ich bin... Wenn ich nicht selber speichern kann, bin ich immer sehr verwirrt. Erbstücke tauschen. Oh, Erbstücke tauschen. Ah. Okay, interessant. Okay, das machen wir als nächstes Mal. Okay. Ich gehe mal auf Allerus suchen, während ihr auf Mission seid. Genau. Tiba, finde den guten Mann.